Von Acara habe ich einige Produkte bei mir in Verwendung, wie zum Beispiel diesen Bewegungssensor P1, der ziemlich cool ist, weil er vor allem auch sehr klein ist. Jetzt gibt es aber was ganz Neues, und zwar gibt es den Motion & Light Sensor, jetzt auch mit Meta und Thread. Und somit benötigen wir keine Bridge mehr. In der Verpackung haben wir einmal unseren Sensor, hier haben wir auch zwei CR2450 Batterien drin. Dann ist natürlich auch ein Ständer für die Wandbefestigung dabei. Das wird dann einfach hier draufgeklebt. Hier haben wir auch extra Klebepads, und es sind auch nochmal zusätzlich zwei Klebepads dabei. Und wir haben natürlich unsere Anleitung, und hinten ist der Metacode drauf. Da wir jetzt ja keinen Hub benötigen, sondern es direkt in die Apple Home App integrieren können, falls wir einen HomePod Mini oder einen Apple TV im Einsatz haben, probieren wir das Ganze jetzt mal aus, wie gut das Ganze funktioniert. Als erstes entferne ich dazu dieses Stück Papier, und dann blinkt der Sensor auch. Dann gehen wir in die Apple Home App, gehen hier oben auf das Plus, Gerät hinzufügen. Dann müssen wir den Code hier abscannen. Das mache ich jetzt. Und es wurde auch direkt als Sensor erkannt. Und weiter. Und es hat problemlos geklappt. Sehr gut. Jetzt wähle ich einen Raum aus. Dazu nehme ich unser Flur-Obergeschoss, denn ich möchte ihn ersetzen mit unserem alten Sensor. Den Namen lasse ich jetzt erstmal so. Wir haben hier einmal einen Lichtsensor und Anwesenheitssensor. Weiter. Und das ist es gewesen. Und hier muss ich ganz klar sagen, es war mega einfach, dieses Meta-Gerät in die Apple Home App zu integrieren. Sehr gut. Dann schauen wir uns als nächstes die Funktion des Motion & Light Sensors P2 an. Ich bin jetzt hier in meinem Raumflur-Obergeschoss. Und der Sensor ist jetzt hier oben einmal bei Anwesenheit. Und wir haben ihn auch hier bei Lampe. Als erstes wähle ich aber mal die Anwesenheit aus. Und hier können wir jetzt den Namen verändern. Anwesenheit entdeckt, ja oder nein. Wir haben den Batteriestatus. Wir haben den Raum. Wir können ihn jetzt in Automation verwenden. Und wir haben natürlich auch hier die Acara-App, wo der Sensor uns aber aktuell noch nichts bringt. Dann gehen wir jetzt noch zur Lampe. Und zwar ist es ja auch ein Lichtsensor. Und auch hier können wir wieder den Namen verändern. Wir haben jetzt hier den aktuellen Beleuchtungsstatus. Wieder den Batteriestatus. Und der Rest ist identisch wie beim Bewegungssensor. Auch hier wieder sehr praktisch. Wir können den Acara P2 jetzt auch als Lichtsensor verwenden. Und könnten zum Beispiel eine Automation für unsere Pflanzen erstellen, dass wenn man ein Pflanzenlicht hat, das bei einer bestimmten Helligkeit das Pflanzenlicht angeht. Ich nutze es aber am liebsten als Bewegungsmelder. Und ich werde ihn jetzt auch wieder hier oben auf unsere Kommode platzieren. Damit, wenn eine Bewegung erkannt wird, unser Licht an unserem Sideboard angeht. Dann zeige ich euch jetzt noch, wie man eine Automation erstellt. Dazu geht man hier unten auf Automationen. Hier oben auf das Plus. Automation hinzufügen. Dann ist es ja ein Bewegungsmelder. Ich wähle das hier unten aus. Jetzt suche ich den Raum aus, wo der Bewegungsmelder steht. Das wäre jetzt hier Flurobergeschoss. Wir haben einmal den Anwesenheitssensor und einen Lichtsensor. Ich möchte aber den Anwesenheitssensor nutzen. Und wieder auf Weiter. Dann, wenn etwas entdeckt wird und Zeit, möchte ich jetzt nicht beliebig. Ich möchte, dass es nur nachts passiert. Gehe hier jetzt noch auf Nacht. Gehe hier auf das Infozeichen. Kann jetzt hier auswählen, wann es passieren soll und wann es enden soll. Das lasse ich jetzt so. Und fertig. Und Weiter. Dann, was soll passieren? Ich möchte, dass ein Licht geschalten wird. Und zwar wieder das von meinem Flurobergeschoss. Und zwar möchte ich die Kommode. Und Weiter. Die Kommode soll eingeschaltet werden. Ich wähle jetzt mal diese Lichtfarbe aus und diese Helligkeit. Und jetzt noch wichtig, ob wir es deaktivieren wollen. Ich möchte es nach einer Minute wieder deaktiviert haben. Und fertig. Und das wäre es zur Automation gewesen. Der Vorteil von Meta ist ja, dass man die Geräte in mehrere Smart Home Systeme integrieren kann. Wie in Apple HomeKit, Amazon Alexa, SmartThings und in Google Home. Und das probieren wir jetzt auch mal, ob wir dieses Gerät ohne Probleme in Google Home bekommen. Dazu gehen wir wieder in die Apple Home App, denn damit habe ich es zuerst verbunden. Gehen hier oben auf mein Gerät. Dann haben wir jetzt hier unten Kopplungsmodus aktivieren. Das wähle ich aus. Dann dauert es einen kurzen Moment. Dann sollten wir einen Code bekommen. Und hier bekommen wir jetzt auch unseren neuen Meta-Code. Dann gehen wir in die Google Home App. Gehen auf Geräte. Hinzufügen. Meta-kompatible Geräte. Ohne QR-Code einrichten. Gebe dann den Code ein. Und weiter. Zustimmen. Dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Verbindung wird hergestellt. Jetzt bekomme ich hier eine Info. Gerät zu Google Home hinzugefügt. Und es hat geklappt. Genial. Denn das ging jetzt wirklich einfach. Dann zeige ich euch jetzt nochmal den P2 in der Apple Home App. Denn hier gibt es jetzt was Neues. Und zwar haben wir jetzt hier verbundene Dienste. Steht jetzt zwei. Und hier sieht man jetzt die Apple Home App und Google. Kosten tut der Acara P2 34 Euro. Und wichtig, aktuell könnt ihr diesen nicht in die Acara App hinzufügen, da er nicht mit dem Acara Hub kompatibel ist. Es soll aber demnächst auch einen neuen Acara Hub geben, mit dem man dann dieses Gerät auch dort integrieren kann. Was gerade wichtig ist, um Updates zu machen. Zum Bewegungsmelder an sich. Die Bewegungserkennung funktioniert laut Acara bei einer maximalen Entfernung von 7 Meter. Und das in einem Winkel horizontal von 170 Grad und 45 Grad vertikal. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video den neuen P2 Sensor mit Meta etwas genauer zeigen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich finde den neuen Sensor auf jeden Fall klasse. Denn er ist einmal sehr günstig. Er ist sehr kompakt und unauffällig. Und ich finde es klasse, dass dieser jetzt auch Meta unterstützt. Wenn euch Videos rund um smarte Technik, wie zum Beispiel über Apple HomeKit oder auch Saukroboter interessieren, abonniert kostenlos meinen Kanal. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Christian. Müじ Untertitelung des ZDF, 2020